Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Diese Studie bereitete mir ziemliche Kopfschmerzen. Aber irgendwann hat es Klick gemacht und es war sehr einfach zu verstehen. Für diese Studie habe ich alle Schriften durchgesehen, in denen es um die Bücher und das Buch des Lebens geht, auf Englisch King James Version und dann auf Deutsch in der Schlachter. Erstens, es gibt das Buch des Lebens, das auch das Buch des Lebens des Lammes genannt wird. Das ist das Buch, in dem wir geschrieben werden wollen. Wenn wir gläubig sind und wenn wir an das Evangelium glauben, was in 1. Korinther 15, 1, 2, 4 steht, dann sind wir schon drin. Zweitens gibt es die Bücher. Das sind die Werk- oder Tatbücher, wo jeder Mensch verzeichnet ist, der jemals gelebt hat. In die Büchern ist alles aufgezeichnet, was wir im Laufe unseres Lebens getan haben, unsere Taten. Nun gehen wir alle Schrittstellen durch, in denen es um diese Bücher geht und das Buch des Lebens. Die Bibel offenbart, dass Gott Aufzeichnungen über die Aktivitäten jedes Menschen führt. Offenbarung 20, 12 sagt, es wurden Bücher geöffnet und dann, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Schauen wir uns das also an. So, Offenbarung 20, das ist das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Dieses Endgericht ist für die Verlorenen, nicht für Gläubigen. Und das zeige ich euch. Okay, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurden keinen Platz für sie gefunden. Und ich sah den Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihrer Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seine was, Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in eine Feuersee geworfen. Das ist der was? Der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in eine Feuersee geworfen. Um das zu verstehen, müssen wir zu dem Kontext gehen. Gehen wir zu Vers 6. Hier sehen wir, Die erste Auferstehung vollzieht sich in verschiedenen Phasen. Jesus Christus selbst war die Erstling. Bei der Entrückung wird es die Auferstehung der Toten in Christus geben, und die Heiligen des Alten Testaments werden am Ende der Trübsal auferweckt. Sie sind auch Teil der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren. 1000 Jahre. So. Nach die 1000 Jahre wird Satan losgelassen und natürlich abzünnigen Völkern. Was heißt, während des Millenniums wird es Abzünnigen geben. So. Und wenn die 1000 Jahre verendet sind, wird Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gok und den Magok, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie Sand an Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager, die Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzerrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hätte, wurde in ein Feuer und schwebe sie geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danach kommt das große weiße Thron. Das haben wir gerade gesehen. Der große weiße Thron ist das zweite Tod. Wir sind nicht dabei, denn wir sind glückselig und heilig, weil wir Anteil haben an der ersten Auferstehung, weil über diese hat das zweite Tod keine Macht. Nach dem Millennium würde es einen Aufstand geben. Die Bibel ist klar, dass der Teufel abtünniger Heidenvölker zum Kampf versammeln wird. Diese Abtünnigen werden zusammen mit allen früheren Ungläubigen, die jetzt gerade in der Hölle auf diesen Tag warten, vor dem großen weißen Thron erscheinen. An diesem Gericht erscheinen nur verlorene Menschen. Es ist der zweite Tod. Offenbarung 26. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der erste Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christus und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Wir werden gleich zu den Büchern zurückkommen, aber vorher wollen wir erklären, die drei Auferstehungen, die in der Bibel stehen. Die erste Auferstehung verzieht sich in drei Phasen. Jesus Christus selbst ist der Erstling, 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling, der Entschlafenden geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Zweite Phase. Bei der Entrückung würde es die Auferstehung der Toten in Christus geben, 1. Thessalonicher 4, 16. Und auch wir, die wir leben und übrig bleiben, sind dabei. 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Denn der Herr selbst wird, wenn die Befehle geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, von Himmel her abkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und noch übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit den Herrn in der Luft und so werden wir bei dem Herrn sein aller Zeit. 3. Phase Auferstehung der Märtyrer am Ende der Trübsal, Offenbarung 24. Auch die Heiligen des Alten Testaments werden am Ende der Trübsal auferweckt und sind ebenfalls Teil der ersten Auferstehung. Offenbarung 24. Machen wir ein bisschen 5 mit. Und ich sah Throne und sie setzen sich darauf und das Gericht, das Gericht wird die Schafe und Böcke sein, wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihr Stirn noch auf ihr Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. So, die gehen in das Millennium ein und regieren mit Christus für tausend Jahre. So, Vers 5. Es steht, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Also, die kommen zum großen weißen Throngericht. Dies ist die erste Auferstehung. Natürlich die erste Auferstehung ist diejenigen, die regieren mit Christus für tausend Jahre. Unser Gericht ist am Richterstuhl Christi, wenn wir drückt werden, wo unsere Werke im Feuer geprüft werden. Dies ist auch die erste Auferstehung, wobei Jesus die Erste war, die Erstling. So, zurück zum Buch des Lebens, die Passagen. Moses, David, Daniel, Paulus und Johannes legen alle Zeugnis vom Buch des Lebens ab. Mehrere biblische Texte sprechen vom Buch des Lebens. Gehen wir chronologisch vor. Die erste Erwähnung findet sich in Exodus 32, 32, und 33. So, 2. Mose, beginnen wir bei 31. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. In dieser Passage wird berichtet, wie Israel das goldene Kalb anfertigte und verehrte, während Moses auf dem Berg Sinai war und den Dekalog oder die zehn Gebote empfing. Es scheint fast unvorstellbar, dass Israel so schnell, so tief hätte fallen können. Ich meine, Gott hatte seine Überlegenheit und Macht über alle Götter, der Ägypter demonstriert und sie von der Macht des Pharoos gerade befreit. Anstatt dem Gott zu folgen, der sie aus der Sklaverei befreit hatte, entscheiden sie sich, in der Sklaverei zurückzukehren, indem sie einen falschen Gott anbeten. Gott sagte Mose, dass er sie wegen dieser Sünde vernichten und ein neues Volk mit Mose das Oberhaut gründen würde. Exodus 32, 9 und 10 Wie wir sahen, Moses bat Gott, ihn aus seinem Buch des Lebens zu streichen, wenn der Herr Israel Sünden nicht vergeben würde. Tatsächlich bot Moses an, dass er in den ewigen Untergang geschickt würde, wenn Gott den Volk vergeben würde. Psalm 69 ist ein Verbünschungspsalm. David offenbart sein innerster Gedanken darüber, wie er aufgrund seiner Treue zu Gott unter seine Feinden litt. Er betete, dass Gott sie richten würde. David fragt, 28 Daniel ist das größte prophetische Buch des Heiligen Testaments. Gott gab Daniel eine gewaltige Offenbarung darüber, was der Nation Israel und der Rest der Welt in der Zeit, die als der Trübsal bekannt ist, passieren wird. Daniel 12, 1 So, wir werden nicht komplett Daniel durchgehen, wegen der Drangsal, aber wegen die Bücher, und daran geht es heute, werden wir Vers 1 lesen. Okay. Es hört sich verdächtig nach Matthäus 24 an, oder? Okay, weiter. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Dieses Buch, werden wir sehen, ist das Buch des Lebens. Daniel 7, 10 Ein Feuersturm ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Hier ist das der Kontext des kleinen Horn. Hier sehen wir in Vers 8 Während ich Acht gab auf die Hörner, sehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen und sehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und einmal das große Dinge redete. Das ist das kleine Horn der Antichrist, der hier vor diesem Gericht steht, wo die Bücher geöffnet werden. Wie gesagt, die Verlorenen werden nach den Büchern beurteilt. Wir als Gläubige sind bereits im Buch des Lebens. Das Buch ist offensichtlich das Buch des Lebens, weil aus der Offenbarung wissen wir, dass in dieser Zeit Milliarden sterben werden. Die Rettung ist gleichbedeutend mit der Überwindung, von denen der Herr in seiner Botschaft an die sieben Gemeinden sprach. Die Rettung bedeutet ewiges Leben. So, Offenbarung 2 und 3, hier sind die Sendeschreiben an die Gemeinden, also das sind sieben davon und wir scrollen einfach durch und wir schauen das Wort überwinden. Hier Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, die nächste Gemeinde, Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, hier ist es, da, Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, wir müssen nicht weiter, ich glaube, wir haben unser Punkt schon dargestellt. Viele Frauen halfen den großen Apostel Paulus in seinen Dienst. Als Anerkennung für ihre Treue bat Paulus ein Mitknecht diese Frauen zu helfen. Er erkannte alle seine Mitarbeiter als im Buch des Lebens eingetragen an. Paulus schrieb Vers 1 Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest dem Herrn Geliebte. Ich ermahne, o Jodier, und ich ermahne, Synthische, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihre an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen wo im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn aller Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Das Buch der Offenbarungen hält die meisten Hinweise auf das Thema des Buch des Lebens. Das ist logisch, da das Buch des Lebens in der Kategorie der Endzeit fällt. Überwinden ist der große Auftrag, den der auferstattene Herr den sieben jüdischen Gemeinden in Kleinasien gab, wie steht in der Offenbarung 2, 7, 11, 17, 26 und Offenbarung 3, 5, 12 und 21. Die Überwindung, von der Jesus sprach, besteht darin, sich zu weigern, den falschen Christus oder Antichrist anzubeten, indem man auf den wahren Christus vertraut. Jesus hatte die Zwölf gelehrt, dass in der Zeit der Drangsal diejenigen, die bis zum Ende ausharren, werden gerettet werden. Matthias 24, 13 So, Ölberg-Diskurs Matthias 24 beginnen wir bei 11. Übrigens, das ist alles Drangsal, es hat nichts mit der Kirche zu tun, der Leib Christi. Okay, Vers 11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in viele erkelten. Wer aber was ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium von was? Von Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Das Ende ist entweder der physische Tod durch Märtyrium oder das Wiederkunft Christi das Zweite Kommen. Während der Trübsal wird das Evangelium von Königreich erneut verkündigt. Matthias 24, 14 wie wir gesehen haben. Die Erlösung in der Trübsal wird nicht auf das Evangelium des Paulus in Apostelgeschichte 24 und in 1. Korinther 15, 1, 3, 4 basieren, das besagt, dass Christus bei unserer Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist, sondern auf den Glauben an den Namen Christi, daher den Glauben an Jesus ist der Christus der Sohn Gottes. Matthias 16, 30 durch 20, Johannes 11, 23 durch 27 und in Apostelgeschichte 2, 21, 28, 3, 16, 4 und 7, 10, 12, 17 durch 18, Kapitel 4, 30, Kapitel 5, 28 und 40 und 41. Dies war das Evangelium von Königreich, nicht Paulus' Evangelium von der Gnade Gottes, von dem Jesus erklärte, dass es in allen Nationen verkündet werden würde, und dann wird das Ende kommen, wie Matthias 24, 14 steht. Wie vorhin erwähnt, war die Botschaft Jesus an jeder der jüdischen Gemeinden in Offenbarung Kapiteln 2 und 3 einer, in der sie sie über Überwindung belehrte. Ihre Warnung war mit die Verheißung ewiges Lebens verbunden. Der Gemeinde in Sardes beschrieb Jesus die Erlösung unter Bezugnahme auf das Buch des Lebens. Er sagte, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bedeckt werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Johannes schrieb darüber, wie die überwiegende Mehrheit oder alle der Welt Satan und das Biest den falschen Christus anbeten wird. Sie werden keine Überwinder sein. Aus diesem Grund werden ihre Namen nicht im Buch des Lebens gefunden. Diese Passage identifizierte das Buch des Lebens ausdrücklich als das Buch des Lebens des Lammes, daher des Herrn Jesus Christus. Eine solche Bezeichnung ist angemessen, da Jesus offenbarte, dass er derjenige ist, der die Menschen richten wird. Johannes 5, 22 und 23 Johannes schrieb, so, Offenbarung 13, Vers 8 Und alle, die auf die Erde wohnen, werden es anbeten. Deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Diese Passage ist für viele verwirrend, aber eigentlich ganz einfach. So, Offenbarung 17, nehme Vers 7 auch mit. Und der Engel sprach zu mir, mir ist natürlich Johannes, der hat die Offenbarung niedergeschrieben. Warum verwunderst du dich, ich sagen, und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die Seenhörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen und die auf die Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Das Tier ist der falsche Christus, er war, das heißt er lebte und hatte die Kontrolle, dann ist nicht, das heißt er wird getötet, dann wird kommen, das heißt er kehrt ins Leben zurück und ist wieder. Vergleichen wir nun Offenbarung 17, 11 und Offenbarung 13, 3 und 12. 17, 11 Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der Achte und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Offenbarung 13, Vers 3, Und die sah eines seiner Köpfe wie so Tote verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert den Tier nach. In Vers 12 steht Und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die die auf der ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Offensichtlich wird die Antichrist eine Nummer abziehen, wo er getötet wird und er wird wieder auferstehen wie Jesus. Also er kopiert immer das, was Jesus macht. Er ist der achte König, der zu den ursprünglichen sieben gehörte. Satan ist der größte Betrüger und Fälscher. Es liegt in der Natur Satans immer das zu wiederholen, was der vorhergetan hat. Er ist ein Nachahmer. So wie Jesus von den Toten auferstand, wird auch das Tier auf eine Weise, die wir jetzt noch nicht wissen können, von den Toten auferstehen. Er wird diejenigen erfolgreich täuschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, sie werden durch seine scheinbare Auferstehungskraft getäuscht. In dieser Passage beschrieb Johannes das, was im Volksmund als den großen weißen Thron bekannt ist. Offenbarung 2012 Und ich sah die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihrer Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Der Herr Jesus Christus wird in seiner Rolle als Richter den nicht geretteten Menschen richten. Dieses Gericht ist für Ungläubige. Beim Urteil liegen zwei Büchern vor, das Buch des Lebens und die Bücher der Werke. Das Bücher der Werke enthält alle Taten eines Menschen Gut und Böse. Sowohl Böse, also Gute Taten werden zeigen, dass die Person, die vor Gericht steht, vor einem Heiligen Gott nicht ausreichend gerecht ist. Gute Taten werden die Strafe ins Feuer zieht zwar mild an, aber diese Strafe ist ewig. Nur wenn man die Gerechtigkeit Gottes besitzt, kann man diese Strafe entgehen. Der Ausweg besteht darin, an das Evangelium des Paulus 1. Korinther 15 10 1 durch 4 zu glauben, dass Christus vor unserer Sünden gestorben und von den Toten auferstanden ist. Wenn man den Wirken Christi am Kreuz und seiner Auferstehung vertraut, anstatt sich auf die eigene Gerechtigkeit zu verlassen, gibt Gott diese Person seine eigene Gerechtigkeit. Römer 3 21 und 22 So, Römer 3, die von Gott geschenkte Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus Vers 21 Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von den Gesetzen und Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Auf dieser Grundlage können wir sicher sein, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen und dass wir dieses Gericht niemals erleben werden. Die Kapitel 21 und 22 die Offenbarung beschreiben einen neuen Himmel und eine neue Erde. Vergleiche Jesaja 65 17 66 22 durch 24 und 2. Petrus 3 13 Jesaja 65 Gott wird eine neue Himmel und eine neue Erde erschaffen. Vers 17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Vers 66 nehmen wir die letzten drei Verse. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mein Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Namen bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass am jenen Neumond und an jeden Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und man wird hinausgehen und die Leichnamen die Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Natürlich spricht Gott hier von die Hölle Feuer Wurm und es wird niemals erlöschen. Also die Hölle ist ewig. Lasst euch keiner sagen, dass die Hölle nur hier eine kurze Zeit dauert. Das ist Quatsch. 2. Petrus 3.13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der neue Himmel und die neue Erde sind ewig. Dieser neue Sein Zustand erfordert eine völlig andere Physik. In unser gegenwärtiger Universum ist Zeit ein integraler Bestandteil von Raum und Materie. In den neuen Himmel und auf der Erde wird es keine Zeit geben. Daher wird dieses zukünftige neue Universum aus völlig neuen Eigenschaften bestehen. Die Offenbarung endet mit der Beschreibung, dass es in den neuen Himmel und auf der neuen Erde kein Tempel, keine Sonne und keinen Mond geben wird. Gott selbst wird alles in allen mit seiner Gegenwart und Herrlichkeit erfüllen. Diejenigen, die an diesen neuen Universum teilnehmen werden, sind diejenigen, deren Namen Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Offenbarung 21 27 Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen, im Buch des Lebens des Lammes. Die untersuchten Schriftstellen scheinen auf zwei unterschiedlichen Dinger in Bezug auf eine Person und das Buch des Lebens hinzuweisen. Einerseits, dass jeder Mensch mit seinem Namen im Buch des Lebens beginnt, Exodus 32 33, Deuteronium 29 19, Psalm 69 29 und Offenbarung 3 5. Andererseits sind zwei Schriftstellen, darauf hinzuweisen, dass die Namen, die verloren, nicht aufgezeichnet sind, Offenbarung 13 8 und 17 8. Es scheint auch, als ob ein Mensch während der Trübsal gerettet werden kann oder überwinden und im Buch des Lebens des Lammes erscheinen kann. Aber wenn sie das Malzeichen des Tieres annehmen, können sie auch aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Deshalb müssen sie bis zum Ende durchhalten oder überwinden, ausharren. Offenbarung 3 5. Was ist korrekt? Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, in diesen Angelegenheit zu einen eindeutigen Schlussfolgerungen zu gelangen. Der beste Weg ist, die Sache einfach in die Hände des Herrn zu legen. Wichtig ist, dass der eigene Name vorhanden ist. Man kann wissen, dass sein Name Buch des Lebens steht, wenn man auf das Evangelium des Paulus vertraut. 1. Korinther 15 1 2 4 1. Korinther 15 1 2 4 Das ist das Evangelium, was uns rettet. Wir müssen an dieses Evangelium glauben, um gerettet zu werden. Okay. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr dem Wort festhaltet, dass ich euch verkündet habe, es sei dann, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist, am dritten Tag, nach den Schriften. Wenn wir an dieses Evangelium glauben, sind wir gerettet, versiegelt in Christus und bereit für die Entrückung. Glaube ist alles, was wir brauchen. Wir vertrauen allein auf Christus und darauf, was er vor unserer Lösung getan hat. Das war es also mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich liebe euch alle im Herrn. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.